Eine kurze Geschichte zu dem Reel, das man jetzt spielt. Es ist ein kleiner Dialog, Stützing Fee, auf der einen Seite ist ein Großbauer, Großgrundbesitzer, hat Liftanteile en masse, ist aber dauernd grantig und zwider, weil seine Frau so bass ist und die einzige Freiheit, was in seinem Leben ist, dass er noch früher auf den Balkon rauf geht und wenn Fernglas hochschaut, ob irgendwer auf seinen Grund rauf geht, wenn man so eine richtig Zomscheißenkug einanderwischt. Hoch gern im Wirtshäusl schimpft über Gott und die Welt, hört gern Kastlotha Schwarzen und Andrea Berg, lies gern die Krone. Auf der anderen Seite ein junger Freigeist, ein junger Denker, geht gern Barfuß durch die Landschaft, geht ein bissel spazieren, macht sich Gedanken übers Leben, lies gern Jack Kerouac, hört gern Bob Dylan. und wie es der Zufall so will, treffen dir verschiedenartige Charaktere auf eurer Nund, weil sich der eine Freigeist grad an dem Tag in die Wiesen von Bauerneche legt. und wie es der Zufall heißt, gelegt ich dich in die Sonne, in Klammern, ich zorg die Uhr, äh, bent in dir eines Kürzl, der Grantler. Auf geht's! – Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018